Ein kleiner Sturz noch und dieses verdammte Vertragswerk ist Geschichte, aber wir müssen dranbleiben Leute, wir müssen echt dranbleiben! Und auch wenn jetzt vielleicht sich beliebte Fernsehsender wie ARD und ZDF und die allseits beliebte GEMA hinter Akta gestellt haben, was natürlich unsere Meinung 100% verändert, 100% wie die schöne ARD-Vorsitzende Monika Piel voriges Jahr schon gesagt hat, der Geburtsfehler des Internets, kostenlose Inhalte, wird früher oder später korrigiert werden. Wir werden dir zeigen, was korrigiert wird, verdammt! Ist ja wahr, also, seid weiterhin mündig, lasst euch so einen Schwachsinn nicht gefallen, wir werden Akta stoppen und wenn es sein muss, werden wir wieder demonstrieren gehen und dann werden die endlich mal mit dem Blödsinn aufhören und ein vernünftiges Vorheberrecht anstreben und nicht diesen Blödsinn. Und deswegen gebe ich jetzt mal weiter an den Tillmann von den Grünen. Vielen Dank! Vielen Dank!